Hallo und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ja, diesmal über die Schlacht von Scarlet. Dann fange ich mal an. Ja, erstmal das Raumschiff. Ja, das ist halt die Pferde, die imperiale Raumpferde, mit der die Gebellen auf Scarlet gelandet sind. Ja, und dann die Gebellen sind draußen und kämpfen halt gegen die Sturmtruppen. Ja, sieht man hier. Und jetzt mal zum Schiff. Also ich habe das ganz detailreich gebaut, so wie das echte Set. Hier die Luke geht auf, das Dach geht auch ab. Ja, hier ist eigentlich nicht so viel drin, nur bisschen Raum. Dann hier so eine Klappe. Ja, dann ist hier noch so eine kleine Kiste. Da sind Granaten drinnen. Ja. Ja, das ist so der Raum, wo sich die Gebellen dann versteckt haben, als das Durchsuchungskommando kam. Ja. Flügel drauf. Ja. Und hier, die sind auch bewegbar, alle vier. Ja. Dann sehen wir hier noch so Sträuche. Ja, das bedeutet, dass der Strand halt nahe ist, wie im Film. Dann sehen wir hier noch eine Palme. Ich weiß, das sieht bisschen dumm aus. So. Ja. Okay, dann sehen wir hier den grauen Jedi, wie auch immer der heißt. Der tötet gerade oder erledigt eine Sturm-Truppe. Wir sehen wie so eine Skriff-Truppe. Dann sehen wir hier noch einen Death-Truppe. Ja, hier auch. Der führt gerade einen gefangenen Gebellen ab. Dann sehen wir hier noch einen Scharfschützen, der folgt auf den Scharfschützen der Gebellen. Hier ist dieses Kommandopuls. Dann ist hier noch ein Scharfschützen. Und hier ist dann noch Joey. Und dann noch ein Gebellen. Ja. Und dann noch, ich weiß nicht, wie sich diese nennen da. Ja, der haut halt ab. Weil der hat halt auch keine Waffe. Ja, das war's dann mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja.